Moin Mädels! Moin Jungs! Ibiiiiibs! Euer Katsch und Kalle Koschinski, Digga. Und wir pimpen heute das Castle. Also da steht Castle Flipper. Das Spiel ist wie Hausflipper, nur im Castle. Mittelalter, deswegen haben wir uns heute auch ein bisschen Ratze-Putz, Rutze-Putz. Rutzi-Fruz. Koschinski. Castle. Oh! Oh! Uh! Ah! Oh! Ah! Oh! Was ihr hier vor euch seht, ist euer eigenes kleines Grundstück, das ihr von eurem Großvater geerbt habt. Es sieht vielleicht nicht nach nichts aus, aber ich bin mir sicher, dass ihr es bald in ein mächtiges Königreich verwandelt werdet. Aber eins nach dem anderen. Warum versucht ihr euch nicht an eurem ersten Auftrag? Au! Ja, also hier ist ein Q. Ah! Ein Logbuch. Ah! Mann! Dies ist ein Aushang. Schaut immer mal nach, um zu sehen, ob jemand eure Hilfe benötigt. Ein zerstörtes Lager. Unser Lager wurde von einer Windhose. Windhose zerstört, bitte. Äh, die Bewohner konnten in ihrem Fehlfall empfehlenden Dächer wieder... Amtmann Thomas. Thomas. Ich sehe, es ist eine wirkliche große Notwendigkeit entstanden, dass ein offizieller Hauspimper euer Haus pimpt oder den Boden salbert oder generell das Grundstück wieder auf Vorderfrau bringt. Verstehst du, wie ich meine? Nein, in dem Sinne möchte ich mit großer Freude verkünden, mein Name ist Kartudelkalle Koscheisse, äh Koschinski und ich pimp dein Kassel, Allah! Jo, du wärst gern ein Player, doch bei dir sieht's kacke aus. Der Kalle kommt näher, der Junge pimp dein Haus. You gotta pimp my house, you gotta pimp my house. Pimp my house, mother, pimp my house. Ehre in meinem Haus, Ehre mit der Maus, her mit meinem Schmaus. Damn right. You gotta pimp my house. Ollo! Geht zum Aushang, das haben wir erledigt. Ja und jetzt? Achso, annehme! Ich muss es noch annehme! Einfach mal das Leben annehme! Amenakol! Ah, siehst du, da fliege ich jetzt direkt rein ins Lager. Willkommen! Ihr habt gerade euren ersten Auftrag begonnen. Um ihn abzuschließen, müsst ihr alle Aufgaben anfüllen und mindestens 80% des Unrats und der Schmutzflecken entfernen. Ah ja, das ist ja ein Unrat gewesen. Reparieren. Hebt, um Gegenstände zu reparieren. Ein Teil des... Was? Also E drücken und dann aufheben und dann... Okay, ja. Achtet besonders darauf, welches Material ihr aufsammelt. Kleine Holzbrette eignen sich nur zur Operatur von Zäunen, etc. Ah ja, ah, E. EW, aufbauen. Ah, okay, ich nehme mal den hier. Alter, ich bin ja richtig strong. Ich bin ja richtig... Ich habe ja richtig murkis. Alter, oh normal. Okay, ich kann hier die Dinger schön aufstapeln. Hack, hack. Alles wird aus Hack gemacht. Wählt, um einen Baum zu fällen, die Tätigkeit Axt. Auf dem Kreismenü Tab aus. Zielt dann auf den gewählten Gegenstand und drückt die linke Maustaste. Wallah, wallah. Ehre. Hoppe! Aber ich habe doch hier zwei Bäume gefällt. Jetzt noch mal fällen. Ach so. Jetzt habe ich den Baum zerfallen gefällt, Digga. Mensch, das macht so viel Spaß. Ich dachte, ich kann hier Häuser pimpen, Digga. Ich bin ja nicht umsonst, Karl Kuczynski. Ich habe jahrelange Pimper-Erfahrung. Und jetzt kommen die mir hier so, oder was? Und Scheißkopfhörer hier haben Wackelkontakt. Zaun ist repariert. Leckereien. Eine Tasse Sauermehl. Scheune des Schmieds ist voll damit. Zwei Tassen normales Mehl. Eine Tasse kristallklares Wasser. Unreinigtes Wasser tut es auch. Führt aber zu Klumpen. Mischen und backen. Ja. Weißt du, ich kann das machen? Kann ich Backe, Backe Kuchen machen? So, erst mal wieder aufräumen, Digga. Oh, hier ist eine Truhe. Schätze. Bing, 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 bing. Beim Erkunden der Welt lohnt es sich, auch einen Blick in die kleinsten Ecken zu werfen. Wow. Was ist das? Wow. Tausend Money. Danke, Money. Ich kann sogar mehr als ein Brett nehmen. Als ob ich hier mit drei Brettern, äh, mit allen Brettern, also ein Bretter, drei Bretter mal, also. Yo. Ne? So, einmal dafür. Ab dafür. Ab dafür. Wir haben ja schon fast alle Tasks fertig, ne? Wundermal. Was ist das hier für eine Kiste, du? Zerstören. Er wählt, um einen Gegenstand zu zerstören, die Tätigkeit zerstören aus. Zielt dann auf den gewählten Gegenstand und drückt linke Maustaste. Ja, klar. Ich zerstöre für Frieden. Ehre. Belohnt mich mit euren Gaben, ihr kleinen Opfer. Tausend Abonnenten in meine Box. Tagebuch des Betrügers. Liebes Tagebuch. Heute bin ich seit genau vier Jahren in diesem Dorf. Die Menschen wissen immer noch nicht, dass ich sprechen kann. Von Lesen und Schreiben ganz zu schweigen. Würde ich etwas sagen, würden sie vermutlich nicht verstehen. Ich versuche immer noch, meine Maschine zu reparieren. Benötige dafür aber kalixianische Kristalle. Und mein Radar zeigt mir in der Nähe keine an. Gut, dass ich wenigstens das Radar reparieren konnte. Digga. Ich kann die Maschine nicht unbemerkt bewegen, weshalb mir wohl nichts anderes bleibt, als sie gut zu vergraben und umherzuwandern, um die Kristalle zu finden. Ich bin froh, dass die Menschen mich hier ohne Probleme aufgenommen haben. Der Abschied wird schwierig sein, aber ich muss zurück. Alter, das ist eine Zeitmaschine. A Time Machine. Kalle Koschinski kann back ins normale Business. Magische Buchstaben. Da ich ein Zauberer bin, mache ich vielleicht verständlicherweise, wenn ich es will. Ich brauche G-O-L-D. Ich werde kein Zauber wirken, bevor ihr mich nicht bezahlt habt. Ich weiß nicht, welche Sprache ich hier gerade spreche. Später. Wo ist denn hier der letzte Unrat? Scheiß Kackviecher hier. Entweder bin ich zu blöde oder ich bin zu doof. Wo ist denn der letzte Müll? Kann ja auch nicht ausbrechen, ne? Oh, da war noch ein Müll. Und hier ist noch ein Müll. Ehre im Arsch. Was für ein Durcheinander. Ihr habt eure erste Aufgabe erledigt. Nun könnt ihr euch um euren eigenen Hinterhof kümmern. Zum Talentbaum wechseln. Geil, ich habe einen Talentpunkt. Auge des Verwalters. Hebt für kürze Zeit alle Abfälle und Schmutzflecken in der Nähe des Spielers hervor. Geil. Siebt das hin. Manchmal wirken Dinge auf den ersten Blick etwas chaotisch und ihr müsst euch konzentrieren. Um die Aufgabe zu erledigen, drückt Z, um den siebten Sinn zu verwenden. Der allen Unrat und alle Schmutzflecken in eurer Nähe aufleuchten lässt. Unnormale Belohnung. Euer Königreich braucht euch Freiwillige für das Einrichten von Maschinen dringend gesucht. Ach, errichten. Errichtet. Errichten. Digga, ich kann nicht lesen. Bei dieser lohnenden Beschäftigung könnt ihr eure technischen Fähigkeiten aufpolieren. Während unserer wackeren Inventarie ihren Namen, unserer wunderschönen Königreich, andere Königreichen Tore stürmen. Wer ist? Ja, ja, Gold bekommt ihr auch. Was ist das für ein... Dann würde ich jetzt mein Königreich aufbauen, à la... Baut eine Blei... Eine Blide, à la... Eine Blei... Erstmal fackeln. Ich entzünde das olympische Feuer. Fuego. Schön. So ein paar Bretter dran montieren. So ein Blödsinn hier. So, hier nochmal mit der Axt drauf. Brauche ich nicht. Schande. Hä, soll ich hier nur ein paar Bretter anmontieren? Kann ich doch bestimmt rein, oder? Interagation. Ah, hier bin ich nochmal geputzt. Geil. Also diese ganzen Story-Texte, was soll das? Kommandant, ein ernsthaftes Lob ist immer eine gute Einleitung. Lasst mich euch meine Bewunderung für ihren erfolgreichen Kristallabzug, Raubzug, der ja zum Ausdruck bringen. So. Ich schreibe euch, da mein geliebter Sohn bald ins Mannesalter kommt. Ich würde ihn deshalb gerne mit einem eigenen Herrschaftsbereich ehren. Aber Lord Kraft, der den geeigneten Palast für diese Zwecke besitzt, will von dessen Verkauf nichts wissen. Äh. Ergebnis Erregus. Erregus? Ist er Erreg? So. Seimus. Ich denke, ihr seid der Einzige an diesem gottverlassenen Ort, der lesen kann. Mann, wieso können die alle nicht lesen? Kauft euch eine Brille, Digga. Verneint es nicht. Ich habe euch diese Aushänge lesen gesehen. Vermutlich könnt ihr jedoch nicht schreiben. Schreiben. Mit AI. I-A-A-I. Werter Erregus. Vielen Dank für die Blumen. Für eure freundlichen Worte, Sir. Ich möchte meine Dankbarkeit zum Ausdruck bringen. Ihr seid der Edelste unter den Edelleuten. Ehre aller. So, dann werde ich jetzt hier nochmal schön weiterbasteln. Oh ja. Oh ja. Hier muss erstmal geputzt werden. Es macht so Spaß. Schön die Wand streicheln. Oh, du kleine, diese Wand. Ja, bist du wieder sauber? Oh, guck mal hier. Auch nochmal ein bisschen Wand streicheln. Ja, du bist wieder sauber geworden. Ja, du bist wieder sauber geworden. Ja, ja, ja. Lecker. Voila. Okay, das hätten wir ja wieder. Ja, Leute. Ich weiß nicht genau, was das Spiel von mir will. Aber die Story, ich muss sagen, die tut mich packen tun. Wenn ihr meint, ich soll hier nochmal reinschneiden, dann lasst mich das mal in den Comments wissen. Ist jetzt... Ja, also ich kann jetzt... Ich habe jetzt hier eine ganze große Bar. Ich kann jetzt hier mal so einen machen. Aber ansonsten... Ja, bin ich natürlich gespannt, was ihr so dazu sagt. Tackert mal was in den Comments. Abonniert den Channel. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Macht's gut. Tschüssikowski. Adieu, Monsieur. Bis bald. Tschüss. Bis dann. Adieu. Ciao. Tschüss. Ciao. Ciao. Tschüss. Tschüss.